Ralf, warum schaffst du so gerne mit den Fleury Acrylfarben? Das eine ist sicher der innovative Farbkreis, der Fleuryfarben anbietet. Das andere ist die Leuchtkraft, die Intensität, die die Farben in sich haben. Ich habe sie in kleineren und grösseren Projekte eingesetzt, sowohl auch für schulische Zwecke. Meine Schüler haben ihm nur gelehrt mit Acryl umgehen, zu meiner Freude natürlich auch. Ich selber habe seit über 10 Jahren grössere und kleinere Projekte am Laufen. Unter anderem habe ich im Dessin, in Signora eine ganze Kirche mit Fleuryfarben gestalten können. Das lohnt sich also mal unbedingt das anschauen, dann kommt die ganze Leuchtkraft von diesen Farben fantastisch zu geltig. Ich werde weiterhin mit Fleury zusammenarbeiten, weil wenn ich etwas bestelle, dann geht das blitzartig. Und es ist bei mir, egal wo ich bin, in der Schweiz, gerade vor Ort. Mal mit Fleurygar Mal mit Fleuryf Ich habe den Mann bei Fleuryfarben gestalten können. Mal mit Fleury total viv prime, mit Fleury���